Willkommen zurück zu The Pillars of Earth. Wir reden mal mit Cuthbert. Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Du bist zu vertrauensselig, Philipp. Es tut mir leid, was ich über die Priorei gesagt habe. Aber wir haben in St. John hart daran gearbeitet, uns selbst zu tragen. Wir haben Kingsbridge so viel abgegeben. Unserem Mutterhaus. Und die Priorei hier ist in einem schrecklichen Zustand. Glaubst du, ich weiß das nicht? Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Vereinen. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Hm. Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern. Mehr als einmal. Heute hat auch wieder etwas gefehlt. Was ist denn da los? Wir fragen aber mal nach dem Ritter. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Hm. Okay. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Das heißt... Hm. Wir sollen einfach weiterfragen. Hm. Ich gucke... ...nochmal... ...hier auf die Karte. Wir sind in der Küche. Vielleicht können wir ins Gästehaus gehen. Vielleicht ist das ja möglich, ne? Das Gästehaus müsste... Ähm. Ich gucke nochmal. Wo steht das? Was ist das? Hm. Hm. Was ist... Achso, ne, ne, da wollte ich nicht rein. Vielleicht... ...kann ich ja doch nochmal in die Kathedrale. Dann nochmal mit Francis. Oder... ...mit wem anderen... ...sprechen. Vielleicht ist hier ja noch wer. Ne, hier ist nur Francis. Aber können wir mit ihm nochmal sprechen? Ich will mir deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hm. Okay, anscheinend können wir das nicht machen. Können wir hier raus? Ne. Zum Dach. Hm. Also, wir sind hier. Dann der Kathedrale. Dann müssten wir... Na, vielleicht gehen wir mal zum Haus des... ...des Pariors. Vielleicht ist da noch irgendwer. Das könnte ja gut sein. Hier ist immer noch das eingestützte Dach. Ist das unser Pferd? Scheint so. Ja, Philips Pony. Hm. Gehen wir mal hier. Hinten. Lang. Oh, hier ist wer. Gehen wir doch mal mit demjenigen. Oder Arnold. Wie geht's? Hm? Was? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Die Toten. Sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Natürlich nicht so gut, ne? Können wir noch mal mit ihm reden? Ne. Okay. Früher haben wir sie gegessen. Heute fressen sie uns. Okay, rennen wir mal mit ihm. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Kaffbert? Klar. Ich hab ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte in der Wand hab ich ihn gesteckt. Ich würd auch gern mal was in eine Spalte stecken. Das glaub ich gern. Dann wissen wir jetzt, wer der Dieb ist. Okay. Das hätte vielleicht nicht sagen sollen, aber... Das nur, wenn wir jetzt nutzen. Nun, komm, wo kommen wir rein? Kommen wir hier rein? Ja, oder? Boah, ich möchte ja rein. Okay, wo ist die Spalte? Wo haben die den Schlüssel von Kaffbert versteckt? Was ist hier? Können wir mit ihm reden? Okay, mit ihm können wir anscheinend auf jeden Fall nicht reden. Ich würde zum Dach hinauf immer noch. Wo ist der Spalt? Hm. Wo ist denn ein Riss hier? Können wir auch in die Kruft, aber... Da wird es ja kaum sein. Hm. Ich mein, wir können auch einfach... Kaffbert das sagen. Hm. Wir reden mal mit Kaffbert. Bruder Kaffbert. Fede. Hm. Können anscheinend nicht mit ihm reden. Du sicher auch. Hm. Ich guck nochmal auf die Karte. Ich meine, die Kirche ist doch die Kathedrale, oder? Dann gehen wir nochmal raus. Und suchen den Schlüssel nächstes Mal weiter. Bis dann. Ciao, Leute. Und... Ja.